Kennt man halt wegen Trictusor auf jeden Fall und den Hendrik, der ist ja auch bei Cisco Polar und Reply aktiv und den kennt man glaube ich auf jeden Fall durch den Stammtisch Frankfurt. Der hat ja auch damals das Stammtisch Frankfurt mitgegründet, die UF5Con. Also wir haben hier schon recht illustrierte, bekannte Persönlichkeiten. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier was zu präsentieren, 45 Minuten. Dann, wenn ich richtig weiß, Dojo, Code oder sowas, das ist ja Vollkontaktsport, also haut rein. Ja, werden wir mal sehen, wie kontaktvoll das wird. Ja, vielen Dank. Wir, Hendrik und ich, wir wollen euch was über Code Dojo erzählen. Das heißt, eigentlich wollte ich nur was über Code Dojo erzählen und dann hat Sören gesagt, ja, du hast den Vorrang gekriegt. Bei Hendrik wollte er eigentlich auch, aber er war zu spät. Und dann hatten wir die Idee, dass wir das doch einfach zusammen machen, weil das, glaube ich, eine ganz gute Sache ist. Und je mehr man hört, dass andere Leute das machen, beziehungsweise aus anderen Perspektiven das sieht, desto besser vielleicht. Gut, ich fange mal an. Ich glaube, ich muss jetzt hier meinen Bildschirm teilen und hoffe, dass das funktioniert. So, und zwar fange ich einfach mal an bei im Grunde den ganzen Sachen, die wir heute so gehört haben. Das ganze SAP-Umfeld, der SAP-Kosmos, der wird immer vielfältiger, immer komplexer. Man muss immer noch mehr Sachen wissen als vorher. Und gefühlt für mich, also die letzten fünf Jahre dreht sich der Kosmos da hundertmal so schnell wie noch vor 15 Jahren, weil einfach so viele Sachen dazukommen. Also, wenn man dann da die ganzen Begriffe hört und einordnen soll, RAP, Docker, ABAP in Eclipse, Low-Code, No-Code, RESTful, ABAP Programming, Model, KUMA, Personas, Simplification Lists, Jenkins und weiß ich nicht was alles, dann ist das schon eine Menge Holz. Und das ist ja alles das, was außerhalb oder vieles, was außerhalb von ABAP überhaupt funktioniert oder existiert. Und im ABAP selbst gibt es ja auch genug zu tun, zu lernen, wie wir jetzt heute ausführlich gesehen haben. Und man braucht halt irgendwie eine Methode, wie man an dieses Wissen rankommt. Weil ich glaube, das ist mehrfach schon gesagt worden, es geht einfach nicht, man kann nicht stehen bleiben. Das konnte man die letzten 20 Jahre machen, da ist man immer noch gut über die Runden gekommen. Aber inzwischen dreht sich das so schnell, dass man auch immer mehr lernen muss. Und man muss halt irgendwie gucken, wie man da rankommt. Und der eine, der nimmt sich ein Buch und schließt sich eine Woche ein und kommt dann schlau wieder. Der nächste, der besucht einen Kurs. Der nächste macht das irgendwie mit der Community aus. Oder es gibt bestimmt auch Leute, die wälzen an Dokumentationen. Und das Code-Dojo ist halt eine Lernmethode, die ich sehr zu schätzen gelernt habe, weil man Leute sehr gut mit ins Boot holen kann. Weil man jemanden hat, der vorgibt, was man macht. Und man nicht so ganz so verloren ist, als wenn man sich da selber irgendwie durchwursteln muss. Und deswegen erzähle erst ich ein bisschen was, was ist ein Code-Dojo überhaupt? Was gehört dazu? Auf was muss man achten? Erzähle dann ein bisschen was, was wir so programmiert haben, was wir gemacht haben, was uns aufgefallen ist, was wir gut finden, was wir schlecht finden. Und Hendrik wird dann auch noch hoffentlich ein paar Minuten übrig haben, um dann seine Erfahrungsberichte loszuwerden. Und los geht's erstmal mit, was ist so ein Code-Dojo überhaupt? Oder was ist ein Dojo? Ein Dojo ist halt ein Trainingsraum, entstanden aus den japanischen Kampfkünsten. Und da treffen sich halt die Übenden, um besser zu werden, um Techniken zu lernen, um Sachen beigebracht zu bekommen. Und auf dem Foto sieht man das ganz gut. Da sind halt die Übenden, da sind ein paar Tools, in dem Fall halt ein paar Schwerter und Schutzwesten. In unserem Fall beim Programmieren sind das dann halt Laptops, Beamer, Klimaanlage, was man dann alles so braucht, um sich wohlzufühlen. Ansonsten ist da halt nichts. Also der Raum ist halt ansonsten ein sicherer Ort sozusagen. Man ist geschützt. Es kommt kein Kollege rein, der nochmal eben was wissen will, irgendeinen Termin absprechen möchte oder wissen möchte, warum da jetzt gerade ein Short-Dump in irgendeinem System war. Der Chef hat da nichts zu suchen, um irgendwelche Sachen zu sagen oder nachzufragen, sondern man ist da wirklich unter sich, ist eine bestimmte Zeit ungestört. Und man übt dann sogenannte Cutters. Das sind halt aus dem Kampfsport heraus festgelegte Techniken, die man eben immer wieder übt, um diese zu perfektionieren. Und das lässt sich halt so ins Programmierumfeld eher schlecht übertragen, weil man programmiert ja nicht jedes Mal einen AIV-Grid neu, um jedes Mal ein bisschen besser zu werden oder jedes Mal ein bisschen cleaner, sondern da geht es uns darum, dass wir ganz viele Sachen lernen. Und da gibt es halt im ABAP-Kontext unglaublich viele. Es gibt unglaublich viele Programmiertechniken, die man lernen kann. Exception Handling, Clean Code haben wir heute ganz viel gehört. Objektorientierung ist für viele immer noch ein rotes Tuch. Unit-Tests, die ganzen Kontrolls ja noch zugehören, wie wir auch gerade gesehen haben. ABAP-Git kann man lernen. Es gibt also unglaublich viel, was man machen kann. Und diese Sachen wiederholt man nicht unbedingt. Es sei denn, man sagt, das war aber so interessant oder so wichtig, das sollten wir nochmal machen. Aber dann macht man halt einen anderen Aspekt davon. Und warum wir das machen, habe ich schon so ein bisschen angedeutet. Zwei Standardsprüche kommen mir da immer in den Sinn, wenn ich sowas oder wenn ich da von Code-Dojo erzähle. Nämlich, wer einen Hammer als Werkzeug hat, für den ist jedes Problem ein Nagel. Das heißt also, man hat überhaupt keine andere Möglichkeit, auf ein Problem zu reagieren. Und dann trifft auch der Spruch immer noch ganz gut zu. Ich habe keine Zeit, meine Axt zu schärfen. Ich muss Bäume fällen. Das kennt jeder. Man sitzt täglich vor seiner Arbeit und sagt, ach Mensch, eigentlich müsste ich mal. Aber das Projekt muss halt fertig werden. Das Programm muss fertig werden. Der Kunde drängelt. Man ist eh, wurde heute auch schon gesagt, eigentlich hat meist Programmierer eher zu wenig Zeit. Und mit den Code-Dojos wollen wir halt den Werkzeugkasten, den man hat, ein bisschen vergrößern. Mehr Routine bei alltäglichen Aufgaben bekommen. Die Code-Qualität soll verbessert werden. Und wir möchten auch ein bisschen Zeit haben, um ein bisschen zu experimentieren. Weil man über irgendwas stolpert, wo man eben im Tagesgeschäft keine Zeit hat, sich darum zu kümmern. Wir möchten Wissen teilen. Wobei das im Code-Dojo nicht so ist, dass da einer doziert und alle anderen hören zu. Sondern man lernt voneinander dadurch, dass man wirklich zusammenarbeitet, sich zusammen Probleme anguckt. Und eben nicht einer da ist und den anderen Aufgaben gibt. Sondern man macht das alles zusammen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Weil ich denke, das geht den meisten so. Auch wenn man in einem Raum zusammensitzt, wenn man in einem Projektteam ist, wenn man in einer Firma, in einem Team ist. Man sitzt zwar zusammen, aber man arbeitet nicht zusammen. Sondern jeder brütet vor seinem Problem hin und ist mit seinem Kunden beschäftigt. Und man macht aber nichts in dem Sinne zusammen. Und das kann man halt im Code-Dojo machen. Man arbeitet wirklich mit mehreren Leuten an einer Aufgabe. Und versucht halt, solche Sachen irgendwie zu reduzieren. Also ich denke, wenn ich solche Bilder zeige, dann weiß jeder, wie das in Code-Zeilen ungefähr aussieht. Und man weiß, das funktioniert. Aber es braucht halt nur einmal jemanden gegenhusten. Und dann funktioniert es eben nicht mehr. Und wenn man so eine Installation wie da unten sieht, für einiges ist es vielleicht sogar normal, dass ein Programm so aussieht. Und man weiß gar nicht, dass es besser geht. Und so was wollen wir halt mit Code-Dojos und mal analysieren, prüfen, besser machen und mal wirklich gucken, was es denn für Möglichkeiten und Techniken gibt, das besser zu machen. Wir haben also Möglichkeiten, neue Sachen auszuprobieren, neue Sachen kennenzulernen, eben von anderen zu lernen. Und eben nicht dadurch, dass jemand sagt, so, mach das mal so oder mach das anders. Sondern einfach dadurch, dass der eine vielleicht schon Eclipse verwendet und der andere eben noch nicht. und der dann beim Arbeiten sieht, was für tolle Funktionen die Eclipse dann zum Beispiel bietet. Man hat halt sehr gute Chancen, wirklich besser zu werden, weil das ein sehr intensives Lernen ist. Und man kann auch Fragen stellen, die man ansonsten eben nicht losführt, weil der Kollege gerade nicht da ist, weil man dem erst mal großartig erzählen müsste, was jetzt eigentlich das Problem ist. und auch das ist im Code Dojo sehr einfach möglich. Und wie wird geübt? Also erst mal, wir finden uns halt irgendwie zusammen mit mindestens drei Leuten, besser halt vier, fünf, sechs. Wenn es mehr sind, muss man halt gucken, wie man die Gruppen aufteilt. und dann kann man halt, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, kann man per Programming machen. Jeder kann für sich programmieren und vor sich selbst hintüfteln. Man kann reihum programmieren. Man macht das dann mit einem Beamer oder per Remote Mob Programming, dass halt derjenige, der jetzt gerade dran ist, seinen Bildschirm teilt. und das kann man eigentlich ganz gut miteinander kombinieren und da muss man einfach gucken, wie man sein, was einem selbst am besten passt, wo man am besten mit klarkommt. Und an Themen bearbeiten wir Probleme, Fragestellungen aus aktuellen Projekten, die typischen Cutters, die man so auch im Internet findet, um irgendwelche Sachen nachzuprogrammieren, Primzahlen, Fisbass und solche Sachen oder auch irgendwelche lustigen Sachen. Wir haben uns zum Beispiel ein paar Minions zusammen gebastelt oder einen Beatles-Song mal programmatisch aufbereitet und mein Lieblingsprojekt Kniffel, da erzähle ich aber nachher noch drüber. Und wir haben angefangen vor fünf Jahren und haben uns einmal die Woche für zwei Stunden getroffen und das haben wir dann aber irgendwann mal gekippt, weil zwei Stunden relativ wenig Zeit sind, um wirklich intensiv zu programmieren, weil man braucht schon mal fast eine halbe Stunde, um vielleicht eine Aufgabe zu erzielen, um klar zu machen, was denn das Ziel von dem Code-Druck ist, und wenn man dann eine Stunde programmiert, hat man hinterher noch eine halbe Stunde, um Probleme oder Lösungen zu besprechen und das ist halt relativ knapp. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir es dann eher alle zwei Wochen machen und dann aber vier Stunden und in vier Stunden kann man wirklich schon ganz gut was schaffen. Wir haben im SharePoint eine eigene Dokumentation dafür. Wir halten fest, wer an dem Code-Dojos teilgenommen hat und auch was wir für Themen bearbeitet haben und auch was für Programme, Klassen, Programmierung dabei rausgekommen sind. Wir haben ein eigenes System, wo wir dann hinterher immer nachgucken können und wenn man sich dann erinnert, Mensch, das habe ich doch mal irgendwie gemacht, dann kann man das System gucken oder in unsere Notizen und kommt dann eigentlich ganz gut wieder zurecht oder findet die Sachen ganz schnell wieder. Und wenn ich euch ein paar Tipps und Empfehlungen geben sollte, dann wären das die folgenden, nämlich es muss auf jeden Fall einen Verantwortlichen geben, der den Hut auf hat und sich darum kümmert, dass diese Code-Dojos stattfinden. Also man kann nicht erwarten, dass sich alle irgendwie zusammensetzen und dann funktioniert das schon, sondern es muss wirklich einen geben, der die Leitung hat und der sich, wenn keine Vorschläge aus dem Team kommen, selber ausdenkt, was man denn machen könnte. Wichtig ist eben, dass es wirklich keine Störungen gibt, dass da nicht zwischendurch irgendwie das Telefon klingelt, dass ein Kunde oder Kollegen anrufen, dass da Leute rein und raus laufen, sondern es muss halt wirklich ungestört sein. Wichtig ist, dass eine Aufgabe vorgegeben wird oder ein Thema. Also es ist schlecht zu sagen, Mensch, heute machen wir mal Exceptions, dann kann man da halt schwer irgendwas machen, weil man nicht weiß, wo möchte ich denn jetzt eigentlich hin, was soll ich da tun, wo geht die Reise hin. Wichtig ist es, Rückmeldungen zu erfragen, wie geht es mit den einzelnen Leuten damit, was kann man besser machen, was kann man schlecht oder was ist schlecht, was gefällt nicht so. Wichtig ist auch, dass es einigermaßen regelmäßig stattfindet. Das ist halt relativ schwer. Also ich frage bei uns an unserem Code-Dojo-Tag donnerstags, frage ich morgens nach, wer hat denn Lust und Zeit, heute Code-Dojo zu machen und häufig sind halt Kundenprojekte im Vordergrund und deswegen fällt es auch durchaus mal aus. Wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich im Stress bin, dann findet das natürlich auch nicht statt, weil dann habe ich da auch keine Muße, mich vier Stunden hinzusetzen und irgendwas oder vorher auch noch eine Stunde irgendwas auszuarbeiten, was wir denn machen und wichtig ist auch, dass die Teilnahme freiwillig ist. Ich möchte da Leute um mich haben, die auch Spaß am Programmieren haben, die das gerne machen und ich möchte da niemanden sitzen haben, der nur seine Zeit absitzt und vielleicht sogar noch irgendwie blöde Kommentare macht oder stört oder so. Von daher ist das aus meiner Sicht sehr wichtig, dass das freiwillig ist. Es gibt im Internet einige Hilfestellungen, einige Webseiten, wo man ein paar Aufgaben sich raussuchen kann. Das Problem dabei ist halt, dass wir mit ABAP halt grafisch eher eingeschränkt sind und deswegen viele Aufgaben schlecht umsetzbar sind und ich denke auch, dass es im ABAP-Umfeld wirklich unglaublich viele Sachen gibt aus den einzelnen Modulen, die man bearbeiten kann. Da muss ich nicht irgendwie den Turm von Hanoi nachprogrammieren oder sowas. Besonders hervorheben würde ich den Advent of Code, der jetzt wieder angelaufen ist, der, ja, da komme ich gleich noch zu und ich habe, weil Stefan im ABAP-Forum angefangen hat, so Knobelaufgaben zu stellen und die erste war, dass da die italienische Mafia sich mit Codes austauscht in Form von Essenslieferungen und je nachdem, wie diese Lieferung aussieht, hat er das eine bestimmte Codierung, also wenn Pizza ausgeliefert wurde, dann war das ein bestimmter Code und da fiel mir dann gleich Rasterfahndung ein und bei italienischem Essen ist dann halt Pasta nicht weit entfernt und deswegen habe ich die Seite Pasterfahndung ins Leben gerufen, wo ich nach und nach solche Sachen, die man für ABAP ganz gut nutzen kann, online stellen werde. Aber zurück zu Advent of Code, den gibt es jetzt einige Jahre, das ist von Erik Wastl erfunden worden und die Aufgaben, die er da stellt, die lassen sich unglaublich gut für ABAP nutzen, weil das in der Regel eine Textdatei ist, die als Eingabe dient und anhand von irgendwelchen Aufgaben muss man dann daraus ein Resultat errechnen und kann das dann in die Internetseite eingeben und dann sagt er einen, ob man das richtig gemacht hat oder nicht und sehr empfehlen würde ich das Video Behind the Scenes von Erik Wastl, wo er erzählt, wie das denn zustande gekommen ist, wie die Leute die Lösung machen und das ist wirklich unglaublich interessant, kann sich ja gerne jeder mal angucken, das ist keine verschwendete Zeit. Und hervorheben möchte ich dann da auch noch, weil ich ja schon die eingeschränkten grafischen Fähigkeiten angesprochen hatte, es gibt von Frederik eine Turtle-Adaption in ABAP und damit kann man halt bestimmte Sachen grafisch darstellen, halt auch relativ rudimentär, aber man kann schon mal ein paar Striche, ein paar Linien zeichnen und wenn man die Aufgabe im Advent of Code schon gelöst hat, dann ist das nochmal eine Herausforderung, diese auch grafisch darzustellen und diese Turtle-Grafik ist halt eine Möglichkeit, mit der man das ganz gut machen kann, die das ganz gut ergänzt. Die Rückmeldung hatte ich schon angesprochen, dass die wichtig sind, weil es kann durchaus sein, dass wenn ihr sagt, Mensch, das ist ja total super, Code-Dojo machen wir jetzt bei uns auch und das ist jetzt immer Mittwoch morgens von sieben bis elf, da machen wir Code-Dojo und ihr wundert euch, dass dann nur zwei Leute auftauchen. Dann kann das halt verschiedene Gründe haben, nämlich, dass das völlig falsche Uhrzeit ist, also ich sitze nicht vor neun am PC und um sieben schon mal gar nicht. Vielleicht ist auch der falsche Tag, weil ja genau an dem Tag man seine Kinder zur Kita bringen muss oder der Kunde ein wöchentliches Meeting hat, wo alle teilnehmen müssen. Vielleicht ist die Zeit, die ihr gewählt habt, zu kurz oder zu lang. Vielleicht gibt es gerade zu viel Arbeit. Vielleicht gibt es Leute mit Handicaps, die vielleicht meinen, dass sie anderen aufhalten, wenn sie dabei sind. Vielleicht gibt es irgendwelche anderen Vorbehalte. Und es gibt sicherlich Sachen, die muss man dann akzeptieren. Bei anderen Sachen kann man vielleicht die Leute versuchen zu hinterfragen, warum das denn so ist und was man denn anders machen könnte, damit sie dann teilnehmen könnten oder teilnehmen würden. Aber auf jeden Fall sollte man da regelmäßig Rückmeldungen einholen. So, und jetzt würde ich euch gerne noch ein paar Beispiele zeigen, präsentieren, die wir so im Laufe der, ja, ich glaube, vier, fünf Jahre sind das inzwischen, die wir das machen. Die Minions hatte ich schon hatte ich schon erzählt. Da habe ich einfach gedacht, Minions kennt jeder. Da muss man nicht kein großes Konzept vorher machen. Da kann man halt so eine bestimmte Einstiegsstufe sozusagen erwarten oder voraussetzen. und dann kann man halt mit objektorientierter, mit objektorientierten Techniken ganz gut rumspielen. Mit Interfaces, mit Vererbung, wie verhalten sich die Objekte, wie übergebe ich die an irgendwen, an eine andere Methode oder so. Und dann haben wir halt ein bisschen rumgespielt, einfach ohne große Vorgabe, wie man irgendwas machen möchte. Aber es musste halt irgendwie, es mussten halt ein paar Minions erzeugt werden, die verschiedene Anzahl von Augen haben, die bestimmte Tools benutzen, die einen eigenen Namen haben und vielleicht irgendwelche anderen Besonderheiten haben. Dann haben wir ein SAP-Demo-Programm einmal komplett refaktoriert. Also die älteren SAP-Demo-Programme, die sind wirklich ein Fundus als zur Refaktorierung im Sinne von Clean Code, weil da wird Objektorientierung eigentlich immer nur benutzt, um den Event-Händler aufzurufen, alles andere wird mit Performance gemacht und da kann man ganz gut mit arbeiten. Wir haben einen Autokonfigurator programmiert, der dann so ähnlich wie mit den Minions, mit Interfaces, mit Vererbung, dass man halt ein bisschen umspielen kann. Wir haben auch uns aus den SAP-Modulen ein paar Sachen gesucht, wie zum Beispiel Handling-Units. Wir haben dann im System Handling-Units angelegt in einer Lieferung und haben die dann als Baumdarstellung wieder ausgegeben. Und so sind wir dann auch in dem, ja, auch vom reinen, oder in so einen Sprung vom reinen ABAP, auch noch in die Anwendung, haben wir gemacht, was auch immer ganz sinnvoll ist. Und dann haben wir auch Hey Jude, den Beatles-Song einmal programmiert und da hat mal jemand so ein schönes Diagramm gemacht, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist doch nur ideal, um da mal ein Programm drumherum zu schreiben. Und ich habe dann da einfach mit Method-Chaining ein bisschen rumgespielt und haben andere Lösungen gemacht mit internen Tabellen, wo die Texte drin standen, die dann halt entsprechend zusammengesucht wurden. Und das macht ganz viel Spaß, sich da mal mit ein paar Sachen auseinanderzusetzen, die sich dann eben nicht nur um Auftragsbelege und Handling-Units und ähnliches drehen. Dann ist eins von unseren oder von meinen Lieblingsprojekten ist ABAP DICE, haben wir das genannt, eine Kniffel-Variante oder beziehungsweise ein Kniffel-Roboter geworden, wo wir ein komplettes Projekt draus gemacht haben. Also wir haben schon gewusst, dass wir dieses Projekt nicht an einem Tag zustande bekommen, sondern dass wir da verschiedene Sachen oder verschiedene Termine brauchen und da auch technische Konzepte immer ein Problem sind, haben wir gesagt, wir machen halt auch im Code Dojo mal ein technisches Konzept, nachdem wir dann hinterher programmieren müssen. Wir haben dann verschiedene Bestandteile programmiert in ein Spielblatt und die Idee war dann, dass man halt, wenn dieses Rahmenprogramm steht, dass man dann, dass jeder seine eigene Spielstrategie bauen kann. Also wir arbeiten dann mit Zufallszahlen und jeder baut seine eigene Strategie. Er bekommt dann also, wie beim Kniffel üblich, würfelt man halt diese Würfelzahlen oder diese Augenzahlen, die bekommt dann die Strategie mitgeteilt und muss dann entscheiden anhand von verschiedenen Begebenheiten, anhand von Wahrscheinlichkeiten, anhand dessen, was schon auf dem Spielblatt draufsteht, wo setze ich denn oder auf welches Feld passen die denn überhaupt hin, diese Würfel? Möchte ich nochmal würfeln und wenn ja, mit welchen Würfeln? Um dann hinterher zu sagen, wo dieser Wurf abgelegt werden soll. Und die Ausgabe sieht jetzt zum Beispiel so aus, also das ist halt so ein ein AV-Grid, wo eben einfach verschiedene Spiele einfach durchgespielt worden sind und man kann dann eingeben, ob man 100 Spiele machen möchte, 1000, 10.000 und die Idee war dann auch, dass man hinterher verschiedene Strategien gegeneinander antreten lassen kann, dass man guckt, welche Strategie bekommt im Durchschnitt am meisten Punkte, welche bekommt insgesamt die höchste Punktzahl und das sind aber leider Sachen, die wir dann nicht mehr geschafft haben. Wir haben das Projekt dann irgendwann aufgegeben, weil es einfach zu langwierig wurde und irgendwann ist der Reiz dann auch verflogen. Aber dieses Projekt bietet unglaublich viele Möglichkeiten, da weiterzumachen. Also 100 Spiele sind relativ schnell durchlaufen, 1000 Spiele auch. Bei 10.000 Spielen wird es dann schon, ja, dauert es schon mal ein paar Minuten und da kann man dann auch mal gucken, wie sieht es denn mit der Performance aus? Wie kann ich die Performance von der, von dieser Strategie verbessern? Ich kann da Unit-Tests drumherum schreiben und verschiedenste Aspekte nochmal gut achten. Ich kann die Ausgabe nochmal anders machen und das war ein ganz schönes Projekt, weil man da eben auch ein Framework geschaffen hat, auch für andere. Das heißt also auch neue Kollegen, die dann dazukommen, könnten sagen, ja, Mensch, da gucke ich doch mal, ob ich nicht den Highscore von Hendrik Knacke oder von Mimau immer. So, und das war es von meiner Seite. Hendrik, damit du nicht ganz einschläfst, würde ich an dich übergeben und bin gespannt, was du so erzählst, wie ihr das in eurer Firma macht. Ja, danke, Enno. Zum einen für die Einführung und zum anderen für die schöne Überleitung. Dann teile ich mal meine Präsentation. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Coding-Dojo-Vortrag. Wir haben bei der Cisco Plan Reply vor ja, zweieinhalb Jahren den Abab-Coding-Dojo ins Leben gerufen und die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, was wir da gelernt haben, das möchte ich euch gerne erzählen und das passt ganz gut zu dem, was Enno erzählt hat, da wir ein bisschen einen kleinen anderen Weg gewählt haben. So, jetzt muss nur meine Präsentation noch weitergehen hier. Ja, ja, das Gefühl, alles ist eingefroren. Ja, ich sehe auch nur ein schwarzes Bild. Hast du vielleicht gerade ADT auf? Auch, ja. Schließ es mal. Wenn ich dran kommen würde, ich komme auch nicht dran, aber im Rechner ist es blockiert. Ich muss noch was gleich zeigen. Verdammt. dann ein Whiteboard rausholen und zeichnen. Auf meinem Rechner tut sich gar nichts mehr, ist eingefroren. Ich meine hinten dran, so analog. Hinter dir. Kann man mich denn noch sehen? Ja, dich kann man noch sehen. Oh je. Das sagte ich auch noch nicht. Toll. Kann ich irgendwie in den Taskmanager? Ja, ich kann erzählen ohne Bilder, was wir gemacht haben. Das ist doch auch was Schönes. Genau, wie der Otto schreibt, schwarze Schrift auf schwarzem Grund. Ja, genau. ich versuch mal. Tja, tut sich nicht. Es ist doch noch den Demogöttern heute Morgen frönen sollen. Keine Ahnung, Nachbarskatze oder so. Ja, bei mir ist tatsächlich Bildschirm eingefroren. Ich sehe einen Zoom, in dem ich ein komisches Gesicht mache. ich sehe meine Präsentation und die steht. Was wollte ich euch eigentlich erzählen? Ich wollte euch erzählen, wie wir dazu gekommen sind, Coding Deutschlands einzuführen und zwar mit vielen neuen Mitarbeitern, die angefangen haben und dann kam Corona und wir sind alle ins Homeoffice geschickt worden. Und wie wir alle wissen, einher weit Dein Sharing funktioniert ja sowieso und ich kann es dann damit wieder stoppen, dann sieht man zumindest dein Gesicht im Vollbild. Ich kann gar nichts stoppen und mal starten. Oh. Mein Computer geht auf keine Eingabe mehr. So, warte, dann tun wir jetzt mal die Freigabe des Teilnehmers beenden. Schmeiß mich mal raus, ja. Weil dann sieht man zumindest eh ein Vollbild und das ist dann wesentlich besser als nur ein schwarzes Screen. Sieht man mich jetzt besser? Ja, genau. Wir sollten ja gleich dich und Enno sehen. Oder nur dich, wir werden sehen. Es war so knapp, dass wir es geschafft hätten, ohne technische Probleme. Danke, Hendrik. Danke. Den Kasten jetzt machst du. Erzähl uns mal, was für eine Hardware und Software du hast, damit wir das nicht weiterempfehlen. Dell XPS 15 mit 32 GB Speicher. Keine Ahnung, dicker Prozessor drin. Nennen wir jetzt Ronaldo, werden wir die Dell-Aktie um 30 % runterkrachten. So sieht es wohl aus. Dann erzähl einfach. Ich erzähl ganz schnell einfach kurz ein paar Worte dazu, was wir gemacht haben und dann können wir einfach halt ohne Unterstützung von einer schönen Präsentation. Oh, bin ich jetzt raus? Hört ihr mich noch? Ja, wir hören nicht. Bei dem ist nur ein Bildschirm blau geworden und irgendwelche Nachrichten sind aufgetaucht. Was ist ein Blue Screen? Nee, aber so Sicherheitsoptionen. Okay. Manchmal Twitter. Bin ich noch da? Ja, du bist noch da. Okay, ich erzähl einfach mal weitergucken, was wir vielleicht näht mein Computer gleich wieder und ich kann wieder übernehmen. Ja, wir hatten neue Kollegen. Es kam Corona, die Kollegen waren alle in Homeoffice. Die Aufgabe war, sich in ABAP einzuarbeiten, ganz alleine, zu Hause. Echt doof. Die meisten haben angefangen ein bisschen, Selbststudium mit dem Getting Started oder dem ABAP Introduction von der Jelena und Kollegen, mache ich nicht mehr im Kopf, gerade für mich gerade das beste Buch zum ABAP zu lernen, aber es ist halt Selbststudium, es ist trocken, man geht da durch, hat ein bisschen Grundlagen gelernt und dann, ja, es wurden alle begleitet von einem Paten, jeder neue Mitarbeiter bei uns hat einen Paten, der ihn unterstützt, der ihm hilft. Aber es hat halt das gefehlt, was wir so normalerweise haben, dass man im Büro voneinander sitzt, dass man ja voneinander lernt, auch das Ankommen der Firma, das reinfinden, die Kollegen kennenlernen, hat remote zwar durch viele Sessions, die wir versucht haben, so Coffee Sessions und ähnliche Sachen, virtuelle, funktioniert, aber es ist alles super optimal gewesen. Die Idee war zur Rettung, war dann, wir führen ein ABAP Coding Dojo ein. Was haben wir gemacht? Wir haben uns immer donnerstags nachmittags getroffen in einem virtuellen Setup, haben dort dann Sören? Ist das ein Screen? Wir sehen Bilder. Ja, irgendwas läuft gerade durch. Danke, Enno. Ich zeige gerade das Letzte, was ich habe von deiner Präsentation. Müsstest du dann sagen, wenn ich weitermachen soll. Wenn du noch was siehst. Ja, ich sehe es wieder. Mal weiter, danke. Genau. Wir müssen von zu Hause arbeiten. Hier, das Buch, das ich empfehlen kann zum Einarbeiten. Momentan das beste Starterbuch für ABAP am Markt. Mal weiter, Enno, bitte. Aber das verschiedene Problem, Distanz, Einzelkämpfertum. Ja, und wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Übung reinkommt. Mal weiter, Enno. Unsere Lösung, der Coding Dojo. Um einfach zu lernen, wie es geht. Wie haben wir es umgesetzt? Weiter klicken. Zum einen die Herausforderung, Homeoffice zu lösen. Wir nutzen intern Microsoft Teams. Haben wir dort auch genutzt. Kannst du mal weiter? Klicken wir mal durch. Wir haben, einen zurück. Wir haben uns in ein eigenes Team aufgesetzt im Microsoft Teams. Haben dort, weil es noch keine Breakout Rooms damals gab, einfach Channels eingestellt und in den Channels wiederum dann Termine aufgesetzt und die haben wir genutzt als unsere Übungsräume für unsere Coding Dojos. Das war so das Setup, das technische. Weiter bitte. Das organisatorische Setup sah dann so aus, dass wir fast jeden Donnerstagnachmittag, eben schon erwähnt, uns virtuell dann getroffen haben und mit vier Teilnehmern, die erwähnten vier Neuensteiger, später kamen noch ein Fünfter dazu und zwei Trainern Coding Dojos durchgeführt haben. Da haben wir tatsächlich bis zum September 14 Stück geschafft für eine Sommerzeit mit Urlauben drin, finde ich das eine echt gute Zeit und beachtliche Anzahl und haben in der Phase eine ganze Reihe von Cutters durchgemacht. Die Cutters, die habe ich alle mal aufgeführt hier, neben den Cutters, die wir dann durchgegangen sind und die uns als Trainingsmaterial gedient haben, haben wir immer wieder auch weitere Themen mit betrachtet. Unter anderem sind die heute alle zur Sprache gekommen, glaube ich, ist was wie Clean Code, aber wir haben das Design-Pattern auch angeschaut, wie zum Beispiel für Neueinsteiger die Programmierung teilweise dabei waren, wie genutze ich das Interface, wie kann ich ein Factory-Pattern umsetzen oder ähnliches und das auch dann versucht mit den Cutters, in die Cutters mit einzubinden einfach. Aber ab Git haben wir auch genutzt zum Beispiel bei verschiedenen Aufgaben, dass dann mit den Kollegen sich auch ab ab Git anschauen sollten und dort dann die Aufgabe hatten, sich ihre Coding-Stände auf GitHub zu sichern und was auch sehr gut war und viel geholfen hat, waren immer wieder eingestreute Code-Review-Sessions, sowohl von uns Trainern als auch zwischen den Mitarbeitern selbst. Mal weiter, Enno, bitte. Kurz so auch mal zwei Cutters vorgestellt, was man da programmieren muss. FIS-Bass, das Spiel, weiß nicht, wer es nicht kennt, es geht darum, beim Zählen alle Dreier durch FIS zu setzen, alle Fünfer durch den Bass und wenn eine Zahl durch 15 teilbar ist, dann ist es FIS-Bass und das soll das Programm dann einfach ausgeben. Mal weiter, bitte. Und das war dann eine Aufgabe, die programmiert werden sollte. Ein weiterer Cutter, die wir zum Beispiel gemacht haben, die ich als Beispiel rausgesucht habe, hier war dann Hangman, das Geigenmännchen. Die Animation klappt jetzt leider hier nicht. Man kann nicht das Hangman, das Männchen sehen, das sich aufbaut gerade, aber hier ging es darum, dass wir das Wörter erraten anhand von Buchstaben umgesetzt haben. Man gibt immer einen Buchstaben mit und das Ganze wird dann nach sechs Versuchen das Wort da sein oder das Männchen hängt einfach. Alle die Cutters hier haben wir immer vornherein auch selbst programmiert. Das heißt, wir Trainer haben ein bisschen den Aufwand gemacht, dass wir uns die Cutters rausgesucht haben, haben sie einmal dann durchgespielt. Ich habe dafür meine ganzen noch auf GitHub hochgeladen und habe dann das ganze Test drüben gemacht und wer das so nachvollziehen möchte, ich habe immer versucht, schön die Unit-Tests mit meinen Commits zu verknüpfen. Also, wer Interesse hat, mal sich durchzuklicken oder zu gucken, wie mein Lösungsansatz war, kann das herzlich eingeladen, sich das Repository hier auf GitHub mal anzuschauen und dort die einzelnen Dinge anzugucken. Mal weitere, Enno, bitte. Was haben wir immer gemacht bei den Sessions? Wir haben immer mit Pair-Programming gearbeitet, immer mit Unit-Tests, im Normalfall Test-First auch, also richtig Test-Treffen Development umgesetzt und wir haben, ich sehe jetzt nicht, ob Thomas Fiedler hier zuhört, aber wir haben die Abarth-Development-Tools eingesetzt als Werkzeug. SAP GUI war nicht im Einsatz. Keine SE80 oder auch keine SE38. Was wir oft gemacht haben, Enno, mal weiter bitte, ist, dass wir so diesen Code-Retreat-Style verwendet haben. Das heißt, wir haben in einem, ja, einer Training, an einem Nachmittag mehrere Coding-Sessions oft gemacht, bei denen wir immer verschiedene Rahmenbedingungen gesetzt haben. Im Pair-Programming zum Beispiel, einer schreibt die Tests, einer muss die Produktiv-Code schreiben. Mal gemeinsam, mal vielleicht auch so möglichst gegeneinander, dass man die Produktiv-Code schreibt und versucht, den Test grün zu kriegen, ohne wirklich umzusetzen, was dahinter steckt, die Intention war. So kleine Gemeinheiten mal eingebaut. Hat viel Spaß gemacht und kann ich nur empfehlen. Das Ganze dann nach dem Timeboxing aufgesetzt, also zum Beispiel maximal 45 Minuten, dann eine Retrospektive drauf und dann nochmal neu starten. Die Zeit ist dann so kurz, dass die Aufgabe nicht lösbar ist und wenn man neu startet, heißt es auch von Null, so dass es sich nur ein netter Flow ergibt, wenn man jedes Mal weiterkommt, auch vielleicht mit einem neuen Partner, mal mit dem gleichen Partner, wir haben da unterschiedliche Ansätze gewählt, aber es ist ein cooles Format und mal weiter bitte, Enno. Wir standen da oder haben wir im ganzen Coding Dojo-Initiative, man muss sagen, Standing on the shoulders of giants und zwar möchte ich da einfach mal herausrufen und herausheben, mal weiter bitte, die zwei Jungs hier, die das ABBA-Cortretreat-Format oder das Cortretreat-Format in die ABBA-Welt überführt haben, zu den ABBA-Cortretreats, also Dankeschön und Shoutout zu Damir und Christian. Coole Sache, coole Sache damals, als ihr das gestartet habt, wir haben in der Community in Frankfurt auch schon mehrere veranstaltet, momentan gab es seit Homeoffice-Zeit auch schon virtuelle Code-Retreats und die Jungs, ja, super und wir haben davon echt profitiert, indem wir ganz viele Elemente davon in unsere ABBA-Cortret überführt haben, hat sich echt gelohnt. Mal weiter bitte. Einige von denen hier, hat gerade eben Enno schon erwähnt, auch hier nochmal, wo waren wir unsere Ideen her, unsere Inspirationen, vor allem von diesen drei hier, ich glaube die ersten zwei Coding Dojo-Org und die CDC-Schooler, der Enno auch schon auf seinen Slides mit drauf, auch cool ist CodeWars.com, da kann man ja die, wenn man Lösungen entwickelt, die man dort dann direkt in der Plattform eingibt in verschiedensten Sprachen, ABBA ist leider nicht dabei oder noch nicht dabei, ich denke mit den Sachen, die Lars gerade macht, Lars Hamm, wer die Microservice-Sachen von ihm gesehen hat, da sind wir bald so weit, dass wir da auch ABBA programmieren können. Man kann da quasi in der Plattform Lösungen eingeben und er erntet dann Punkte und hat dann verschiedene ja Levels, die man erreichen kann, auch sehr cool, wer zum Beispiel JavaScript ein bisschen sich beschäftigen will mit, ich habe da meine Punkte gesammelt. Mal weiter bitte und dann dazu, was haben wir dann gelernt oder wie ist das Fazit von unserer Coding Dojo-Initiative? Zum einen muss ich sagen, wir sind echt happy damit. Das hat, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, haben wir erreicht. Die Leute haben zusammengearbeitet, wir haben sich zusammenbekommen an einen Tisch, wir haben ja echt viel Spaß gehabt tatsächlich und mal weiter, die Dinge, die wir gelernt haben, also zum Fazit könnte ich auch, was haben wir echt gelernt sind, dass es gut war, dass wir so ein Mixer-Formate gemacht haben auch. Also nicht ganz stahl immer eine Sache durchgezogen haben, sondern immer wieder ein bisschen Abwechslung reingebracht haben. Auch die Code-Reviews waren echt effektiv, dadurch, dass wir dann die Leute aus dem eigenen schmorenen Saft hinausgezogen haben und ihnen Dinge an die Hand geben konnten. Super, vorhin schon erwähnt, diese wechselnden Rahmenbedingungen für die Aufgabe, die zu lösen ist. Jeder kennt vielleicht die Kollegen oder die hat selbst schon mal erlebt, kriegt eine neue Aufgabe und das erste, was ich mache, ich diskutiere mal mit meinem Partner darüber, wie setze ich sie denn um? Und dann ist die Dreiviertelstunde rum, die man vielleicht hat und ist genauso weit gekommen, dass man Klassen-Canvas angelegt hat und hat noch nichts programmiert, vielleicht eine Methode oder so. Und wenn man dann die Rahmenbedingungen auf einmal umdreht und zum Beispiel Sprechen verbietet, nur noch Kommunikation über Coding, rasante Ergebnisse, Änderungen, es gibt auf einmal viel mehr Ergebnisse und diese verschiedenen Rahmenbedingungen und was das bewirkt hat, war echt total spannend zu sehen. Aber auch muss man sagen, es ist echt nicht einfach und Enno hat es angesprochen, das Ganze mit seinem Projektalltag in Einklang zu bringen. Gerade wir zwei Trainer waren auch im Projektalltag eingebunden, das heißt, wir mussten uns da irgendwie freischaufeln in Teilen. Da wäre es alleine gar nicht gegangen. Da war es echt gut, dass wir zu zweit waren und uns die Aufgaben auch teilen konnten und ganz offen gesagt, es gab auch mal einen oder anderen Tag, in dem es ausgefallen ist, beziehungsweise wir haben auch mal einen Tag gehabt, da haben wir die Schüler quasi alleine im Dojo gelassen und die durften dann weiterprogrammieren an der alten Aufgabe, weil wir einfach nicht konnten. Muss man einfach auch mit einplanen, wenn man sowas macht. Und nicht zuletzt auch nicht jede Cutter, die ihr irgendwo findet, ist echt auch für Anfänger geeignet. Wir hatten die auch mal schon überfordert und das kann auch zu Frust führen, von daher das Level wählen, wenn man sowas macht. Mal weiter bitte. Ja, das Feedback von den Kollegen war super und die haben sich echt sehr, sehr abgewollt gefühlt, eingepreisgefühlt. Das war sehr gut und dann ein Dankeschön an das ABAP-Conf-Team für die tolle ABAP-Konferenz an Enno, dass wir zusammen hier den Vortrag machen konnten und jetzt hatte ich eigentlich noch was eingebaut hier, was gerade fehlt, aber vielleicht kann ich ja wieder, weil mein Rechner wieder da ist, vielleicht klappt es ja, dass ich mal meinen Bildschirm noch freigebe und euch doch noch was zeige, aber ich, dafür muss Enno glaube ich Screensharing stoppen. Ja. Dann vielleicht klappt das ja gleich nochmal, dass ich zum Abschluss hier wenigstens noch was zeigen kann. So, Moment. Einmal Bildschirmfreigabe. So, drückt mir die Daumen, dass ich die Freigabe diesmal nicht dann... Hochstückfingers. Ja. Alles Gutes. Könnt ihr jetzt... Dankeschön und hab was gelernt auch heute noch. Und zwar, dass es wichtig ist oder wie wichtig es ist tatsächlich, dass die Demogötter mit einem sind, haben wir gerade erfahren. und vor allem, dass Demos mit Bier sehr gut funktionieren und sich alle abgeholt führen. Und was gibt es? Natürlich gibt es eine Karte mit Bier. Also Coding Dojo auch mit Bier ist möglich. Einfache Aufgabe, 99 Bottles of Beer. Wer kennt es nicht? 99 Bottles of Beer on the wall, 99 Bottles of Beer. Take one down, pass it around, 98 Bottles of Beer on the wall. Und was gibt es Schöneres oder was könnte es Schöneres geben, als das Ganze in ABAP zu programmieren? Und hier ist es. Eine kleine Lösung in Steampunk, ab ab in der Cloud in meinem Trial und wenn wir es laufen lassen, da ist der Song. Jetzt sind die Demogötter mit mir. Wunderbar. Das heißt, kaum spendet man den Demogöttern Bier, werden sie gefügig. Genau. Wer noch Fragen hat, gerne später kommen. Ich mache jetzt das, was man am Ende von so einem Tag machen sollte. Ich mache ein Bierchen auf und wir sehen uns gleich zum, ja, zur Besprechung von Coding Dojos und anderen Dingen. Damit, danke schön. Danke, danke Hendrik. Lessons learned. Bier ist bei einer Abkunft ab sofort für alle Vortragenden freigegeben. Es wird danach, danach funktioniert. freigegeben oder verpflichtend. Nichts ging, ja, und dann kommt er mit Bier auf einmal, geht das Grünschirchen wieder. Okay. Keine Ahnung, was da vorhin war. Mein Bildschirm war komplett eingefroren, ging gar nichts mehr, ja. Ich kann dir sagen, was war, du hast jetzt kein Bier in der Hand. Die Frage ist, geht das auch bei der Arbeit? Ja, wenn ich ein Problem habe, kann ich dann sagen, oh Chef, ein Kasten Bier hilft.